Ohohoho Alter, ich bin der so gut mit dem Controller Jo, schon willkommen zu einem neuen Video Ihr habt das schon im Titel gelesen, ich werde heute mal einen neuen Controller ausprobieren Ich habe in letzter Zeit gesehen, den spielen viele Leute Und der soll ziemlich gut sein Und zwar ist es der Narcon Revolution Unlimited Controller Das ist ein PS4 Controller in Form von einem Xbox Controller Warte, ich zeige ihn euch mal kurz Also ihr könnt sehen, er hat die Form von einem Xbox Controller Und der eine Stick ist hier halt weiter oben Dann hier hinten die Paddles Ich glaube, damit werde ich ein bisschen Probleme haben Weil das sind nicht die Paddles, die ich gewöhnt bin Das sind eher so Tasten Ich habe mir gerade schon die Software dazu runtergeladen Und auch schon meine Keybinds eingestellt Ich würde sagen, wir gehen gleich erstmal in Creative Und ich probiere mich halt erstmal an den Controller zu gewöhnen Aber bevor wir anfangen Es haben immer noch über die Hälfte von den Leuten, die meine Videos schauen Noch kein Abo dagelassen Es sind genau 51,3% Also falls ihr noch nicht abonniert habt und keine Videos mehr verpassen wollt Könnt ihr das gerne tun Lasst uns einfach unter 50% kommen Und falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt Könnt ihr auch gerne im Itemshop rechts unten meinen Creator Code eintragen Arianfn Ist ganz einfach und geht mega schnell Und ja, let's go Ich hoffe, ich komme mit dem Controller einigermaßen zurecht Okay, also zuallererst 90s Ach du Scheiße Boah, das Schwierige sind halt die Paddles hinten Ich kann nicht genau einschätzen, wo ich jetzt rücken muss Okay, 90s Ja, geht schon mal ganz gut Ich würde sagen, ich übe jetzt erstmal so 20, 30 Minuten Und ja, dann sehen wir uns wieder Ja, also so langsam So langsam wird's Oh Ja Ja Ja, geht doch Ja, fast Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt noch ein paar One-on-Ons Damit ich auch sehe, wie ich mit dem Aim zurechtkomme Okay, let's go Oh 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 Alter Okay Okay, jetzt noch ein paar Realistic Games Pich! Na, wir gefällt dir also. Ich hatte was! Warum? Oh. 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 Ah! Oh. Wie konnte der Soldier nicht treffen? Gute Frage. Nächste Frage. Das hast du wohl gewonnen Oh Gott Okay, da war das Aim ein bisschen komisch Oh Gott, das ist mein Tod Krass, also ich spiel erst seit so zwei Stunden auf dem Controller und ich fühl mich schon voll sicher auf dem GG GG Ich bin tot Das waren fünf Leute Oh mein Gott, ey Zur Abwechslung mal salty Eine stabile Kiste, Digger Ich hab ne richtig stabile Kiste Ich bin zweifle, das ist nicht Ich hab ne Ich glaub hier ist jemand Da hinten ist bei dir Hab ihn, hab ihn, hab ihn Ich glaub da ist noch Ja, sein Mate ist da hinten Hab ihn Nice, GG, Alter, krass Das einzige was mich am Controller krass stört ist, dass man die Pelle so stark reinbrücken muss Ey, wie findest du die Skin-Kombo? Sieht stabil aus Ja, findest du Ja, man, GG hat was Komm, wir müssen unserem Mate helfen Ja, ich komm Oh, 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 oh Ach so, das war gar kein Spieler Bei mir Bei mir Ich bin da Oh, hab ihn Ja, aber der Xbox Elite Controller hat so viel besseren Grip, ne? Ja, ja Der hat ja gar keinen Grip Ja, hab ich Hab ihn getroffen mit der Schaden Hab ihn Hab ihn Digga Deinen Hab ihn Oh mein Gott, der da oben ist weiß Der oben ist weiß Ganz oben ist weiß So, den Ganzen gepusht Ey, das ist ein Try harder Ja Ich drop heute weg Spring Lass mich Ja, komm mit, komm mit Ich hab nen Drop mitgesetzt Komm ich zu Ich weiß, wie ich am schnellsten dahin komme Hast du ein Jump Hit? Pass auf, das hält nicht die ganze Zeit, gell? Glaub ich Ich hab ihn Aua Ja, hab ich dir doch gesagt Ah, shit Magic da unten ist ein Lagerfeuer Warum hast du schon wieder so viel Leben? Der hat seine Mates revived, nein Einen von seinen Mates Komm, wir müssen uns beeilen Jo Jo Der schwarze ist genügend White Oh, das wird noch ein heftiger Fight Die anderen kommen auch Die fighten jetzt Ja Ah, du willst von hinten angreifen Du Wie kesseln sie ein? Ja, genau Da vorne, da vorne, auf oben Der ist White Oh mein Gott, ich wurde fast getötet Ach ne Mann Pass auf, der über dir Wo, 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 wo Wo, wo, wo Hap ihn Ich glaube die Kleinen ist schon Aber Ich glaube die Kleinen ist schon Aber Hap ihn getroffen, Hap ihn Nice Der Wo ist der Hab den letzten Let's go Mann Jajaja Ich meine den letzten von ihm Score Es gibt noch ein Sniper Ach, da oben ist er irgendwo Hab ihn Noch ein letzter irgendwo Ist er bei denen? Ja, da vorn ist er. Wow. Ist der, Digga? Der wird von allem angeguckt. Ja, das war es schon mit dem Video. Ich muss sagen, echt geiler Controller. Ich werde jetzt natürlich nicht wechseln. Ich finde den Xbox Elite natürlich immer noch besser. Für den PS4-Controller echt krass. Ich hätte auch echt nicht gedacht, dass ich so gut mit den ungewohnten Paddles zurechtkomme. Naja, fängst du auf jeden Fall nicht im Itemshop. Creator Code ARENFN. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.